Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und heute gibt es passend zu Halloween eine Nageldesign-Idee für euch. Und zwar mit super coolen Wackelaugen. Und zwar habe ich die hier auf meine Fingernägel draufgeklebt. Ich habe hier Selbstklebende. Wenn ihr keine Selbstklebenden da habt, könnt ihr die auch einfach noch in den feuchten Nagellack hineindrücken. Funktioniert auch super. Und so sieht das Ganze dann nachher aus. Ich werde es nachher noch mit Überlack fixieren. Und hier an meiner rechten Hand habe ich das Ganze schon einmal gemacht. Links werde ich es euch jetzt nochmal zeigen. Im Grunde super simpel. Ihr schnappt euch einfach eines der Augen in einer passenden Größe. Am besten relativ klein anfangen. Hinten die Schicht abziehen. Und klebt es dann auf einen euer beliebigen Fingernägel. Hier habe ich zum Beispiel ein relativ großes genommen. Das passt hier zum Beispiel gut alleine auf den Zeigefinger. Hier an meinem Daumennagel habe ich zwei. Und hier dann natürlich so ein bisschen verteilt. Ich habe hier auch noch so kleinere Äugelchen. Wie zum Beispiel dieses hier. Das ist super klein. Von denen kann man dann auch direkt mehrere verwenden. Zum Beispiel hier unten eins. Und dann direkt noch welche daneben. Und in dieser Art beklebe ich jetzt noch meine anderen drei Finger. Und dann zeige ich euch das Ganze natürlich nochmal. So sehen dann meine gruseligen Halloween-Nägel fertig aus. Natürlich nicht was für den Alltag. Ihr seht, das Ganze steht natürlich ziemlich ab. Aber ich finde, für eine Party ist das Ganze wirklich eine super coole Idee. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es mir einfach alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre selbstverständlich auch super. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!